Moin zusammen Freunde, ich grüße euch zu diesem Video. Wir müssen heute im Allgemeinen über Versicherungen sprechen und im Speziellen um die Lebensversicherung. Ich habe nämlich eine ganz interessante E-Mail von einem Abonnenten, ich nenne nur den Vormamm, vom Samy bekommen. Danke dafür, Grüße gehen raus. So, und der Samy schreibt mir nämlich, und ich werde ein paar Zeilen aus seiner E-Mail jetzt mal eben vortragen. Enteignung, Zwangsabgaben und Inflation, Hyperinflation, darüber schreibt er jetzt hier als Betreff erstmal. Und allgemeines Geplänkel hier, danke, Grüße gehen raus für die netten Worte erstmal an dieser Stelle. Und er spricht nämlich darüber, dass er vor Jahren eine private Rentenversicherung abgeschlossen hat. Und damit ist er jetzt so ein bisschen im Zwiespalt, sage ich jetzt mal dazu, unzufrieden. Und er weiß nicht, wird denn überhaupt diese Versicherung, bei der er es abgeschlossen hat, diese Firma, wird die überhaupt noch existieren, wenn er irgendwann mal in Rente geht? Und er ist jetzt aktuell 30 Jahre alt und macht sich darüber Gedanken. Und das ist genau das, was dieser Kanal hier als wichtigen Punkt machen soll. Er soll euch zum Nachdenken und zum Anregen anstoßen. Nämlich, wie den Samy jetzt hier zum Beispiel, hat eine Versicherung, eine Rentenversicherung, Lebensversicherung, whatever, und sagt sich, hm, ich habe Angst davor, dass nachher das nicht rauskommt, was ich einbezahlt habe. Und das weiß er nämlich auch schon ganz klar. Mir wurde gesagt, dass ich mindestens das wiederbekomme, was ich investiert habe. In Klammern, was natürlich Minus bedeutet, wegen der Inflation. Und selbst das wissen ja schon viele nicht. Und auch, guckt euch mal an, Time Value of Money. Das bedeutet der Zeitwert des Geldes auf Deutsch. Und der ist auch ein ganz, ganz wichtiger Indikator. Weil wenn man sich überlegt, mach mal nicht einen Vergleich mit D-Mark-Euro, sondern mach mal Euro-Euro-Vergleich. Gehen wir jetzt zum Beispiel ins Jahr 2005. Was hat man dort zu diesem Zeitpunkt für einen BMW 3er bezahlt? Deutlich weniger, als man heute 2020 bezahlt. Und das ist doch eigentlich irrational. Wo wir natürlich eine ganz andere Situation haben, wo die Technologie deutlich vorangeschnitten ist und diese Teile doch eigentlich günstiger produziert werden. Warum aber werden immer alles teurer? Und damit hängt unter anderem der Time Value of Money zusammen. So, und dann heißt es hier weiterhin. Und wenn es gut läuft, mache ich ein Plus. Das wurde ihm so zugesagt. Dann gibt es natürlich den Worst Case, wie er auch selber schreibt, was ich nämlich gesagt hatte. Falls die Versicherung um Pleite geht, dann gibt es einen Rückversicherer, der dafür gerade steht. Wir wissen das, gibt es ja zahlreiche große Firmen, die die Rückversicherung dann absichern, also die Versicherung absichern, nennt man halt Rückversicherer. Aber da weiß man halt auch nie so ganz genau, wie die aufgestellt sind, andersrum und dran. Ja, und er überlegt nämlich jetzt hier ganz klar, das komplett aufzulösen und ad acta zu legen, damit er hier nicht mehr einzahlt. So mal ganz grob zusammengefasst, was er mir hier geschrieben hat. Und ich habe einen ganz interessanten Artikel im Handelsblatt dazu gelesen. Hier heißt es komischerweise, alle Deutschen sind unterversichert. Das Inflationsdilemma der Lebensversicherung. Die Renditen der Lebensversicherung sinken seit Jahren. Bei gleichzeitig steigender Inflation werden die Erträge für einige Versicherte am Ende nicht reichen. Und das ist ein wichtiger Punkt, den man verstanden haben muss, dass die Inflation wirklich ein ganz, ganz treibender Kostenpunkt wirklich ist. Auch wenn man kein Geld ausgibt. Im Gegenteil, wenn man das Geld behält, kostet einen das Geld. Und aktuell kostet es so viel wie seit Jahrzehnten nicht mehr in diesem Land. So nämlich April 7,4 Prozent. Und das ist Rekordwert, wie er auch hier steht. So, und wenn wir jetzt hier ein bisschen reingucken. Zum Jahreswechsel waren rund 83 Millionen Lebensversicherungspolizen abgeschlossen, sagt Handelsblatt-Redakteur Christian Schnell in der neuen Folge Handelsblatt Today. Im Vergleich zu den vorherigen Jahren sei die Zahl der Abschlüsse sogar gestiegen. Da muss man sich doch wirklich überlegen, wer ist denn so irrational und geht aktuell hin in den letzten paar Jahren und schließt eine Lebensversicherung ab? Und ja, gibt es natürlich verschiedene, zum Beispiel die Risiko-Lebensversicherung. Also, falls du stirbst, dass deine Hinterliebenden was bekommen. Dann gibt es natürlich auch eine Kapitallebensversicherung und so weiter und so fort. Und man muss für sich selber überlegen, ob das der Sinn ist, den man machen möchte. Weil ich kenne auch den einen oder anderen Bekannten von mir, der eine Lebensversicherung jetzt vor ein paar Jahren hat dann ausbezahlt bekommen und der bekommt nicht das, was er eingezahlt hat, raus. Im Gegenteil, das ist nochmal weniger geworden. Und da fragt man sich allen Ernstes, warum sollte man das noch machen? Weil man muss jetzt auf der anderen Seite die Versicherungen auch ein bisschen in Schutz nehmen. Die haben natürlich zu kämpfen. Die haben natürlich zu kämpfen mit irgendwelchen Investitionen, die sie zu tragen haben. Die haben zu kämpfen hier mit einer Inflation, die vorhanden ist. Die haben auf der anderen Seite auch einen Leitzins, der im Keller ist, genau wie bei den Banken, dass sie dort ganz große Probleme, Schwierigkeiten einfach haben, Umsätze zu generieren. Genauso, wenn sie dann in Aktien oder sonst was anlegen. Das funktioniert auch nicht immer perfekt. In einem weiteren Handelsblatt Plus Artikel heißt es nämlich hier, ein wesentlicher Grund dafür, dass eine Differenz von derzeit 5 Prozentpunkten zwischen Zinsertrag und Inflationsrate nicht wegzumachen ist, liegt in der sogenannten Fristenkongruenz. Hinter dem Begriff regulatorische Grundanforderung an die Lebensversicherung, dass die Kunden Beiträge für ein langfristig angelegtes Absicherungs- und Ansparprodukt zum ganz großen Teil auch nur in langfristige Anlagen investiert werden dürfen. Und so ist es nämlich Tatsache, dass über 80 Prozent der Lebensversicherungsbeiträge in festverzinslichen Wertpapieren angelegt sind. Bedeutet zum Beispiel Bundesanleihen, die auf zehn Jahre dotiert sind. So, und die sind zwar seit Jahresbeginn gestiegen von 0,2 Prozent auf ein Plus von 0,9 Prozent, aber laut führenden Wirtschaftsforschungsinstituten, heißt es hier, rechnen diese nämlich bis zum Ende 2023 nur eine weitere Erhöhung auf 1,5 Prozent. Und bei unserer aktuellen Inflation von 7 Prozent, runden wir jetzt mal, brauchen wir nicht gut in Mathe gewesen zu sein und zu verstehen, dass hier ein ordentliches Gap ist. Und das funktioniert einfach nicht. Die anderen Punkte, wo Geld investiert wird, meistens bei Lebensversicherungen, sind zum Beispiel Aktien mit 4, 5 Prozent in dem Bereich, Beteiligungen 7 bis 8 Prozent, Immobilien 3,86 Prozent im letzten und im vorletzten Jahr, sonstige Kapitalanlagen rund 2 Prozent. Und das ist deutlich zu wenig, weil wenn man sich nur auf diese Wertpapiere festverzinslich konzentriert, funktioniert das Ganze nicht? Das ist vielleicht mal in den 70er, 80er Jahren von mir aufgegangen und hat funktioniert, vielleicht noch ein bisschen rein in die 90er Jahre, aber das funktioniert aktuell einfach nicht mehr. Es funktioniert nicht in Verbindung mit einer europäischen Zentralbank, die wir haben, die unser Geld faktisch mehrfach entwertet hat über die letzten Jahre und permanent das Ganze noch weiter betreibt und meiner Meinung nach über die nächsten Jahre auch noch weitermachen wird, um Länder wie Griechenland, Italien etc. pp. nicht pleite gehen zu lassen. Das ist das grundlegende Problem. Wenn man sich dann auch noch anguckt, was passiert gerade lebensversicherungstechnisch, was ist los in der Welt bzw. ganz genau in Deutschland damit? Und man muss ja dazu wissen, dass die Vermittler von Lebensversicherungen wirklich sehr, sehr gute Provisionen bekommen. Und dann heißt es nämlich jetzt hier bei pro-contra-onleihen.de Lebensversicherung, BaFin, also Bundesaufsicht für Finanzdienstleistungen, will Provisionsrichtwert entwickeln. Von der Politik müssen Vermittler im Hinblick auf weitere Provisionsbeschränkungen momentan nichts fürchten. Nun nimmt sich die BaFin des Themas aber erneut an. Details sollen schon bald bekannt gegeben werden. Dann heißt es weiterhin, bei dem Versicherungsboten, Lebensversicherung, droht eine Provisionsdeckelleit durch die BaFin. Frank Rund, Chef der Deutschen Versicherungsaufsicht, kündigte auf der Jahrespressekonferenz der BaFin an, dass sogenannte Provisionsrichtwerte für fondgebundene Lebensversicherungen eingeführt werden sollen. Kommt nun ein Provisionsdeckelleit. Und dann merkt man direkt, diese Branche hat Schiss. Diese Branche hat Schiss, dass hier so eine Deckelung kommen könnte. Und da muss man halt wirklich immer aufpassen, wenn man solche Verträge eingeht oder ähnliches, da sind solche Hintermänner, die davon ihren Lebensunterhalt bezahlen. Das will ich nicht verurteilen, keine Frage. Aber das muss man im Kopf haben, wie ich finde. Genauso, und deswegen machen wir hier nochmal kleine Werbung an der Stelle für Kettner Edelmetalle. Bekommt auch ein Gutscheincode, ist unterhalb hier verlinkt. Und würde ich definitiv hingehen und dem Kind zum Beispiel zur Geburt eine schöne Münze schenken. Das muss keine eine Unze sein oder ähnliches. Das kann auch eine Zehntelunze sein. Das kann auch irgendwas anderes sein. Aber, dass das Kind dann auch mit dem 18. Lebensjahr schon ein kleines Portfolio aus Edelmetallen hat. Weil eine Unze Gold ist heute eine Unze Gold. Die ist auch in 10 Jahren oder auch in 18 Jahren eine Unze Gold. Und genauso als Altersvorsorge für sich selbst. Das kann man ja hier in den verschiedenen Kategorien bei Kettnern ganz intelligent einfach mal reingucken. Und da passt auch alles für jeden Geldbeutel. Einfach mal preis, genau falschrum, absteigend, aufsteigend einfach mal gucken. Und da findet man schon etwas, was man machen kann. Und wenn jetzt hier so eine ganze Tube mit 25 Einunzen Münzen vom Silber Maple Leaf zu viel ist, dann nimmt man eine Silbermünze von Maple Leaf einfach einzeln. Gucken wir jetzt gerade mal hier, Silbermünzen haben wir hier drüben. Zack, da haben wir ein Maple Leaf, kostet eine 32 Euro. Und klar, die müsst ihr nicht beim Kettner kaufen. Die gibt es auch in zahlreichen anderen Online-Shops oder eben im Tafelgeschäft offline. Und das Weitere, wovon ich fest überzeugt bin, wer jetzt sich da aktuell aufstellt, wird in den nächsten Jahrzehnten wirklich keinerlei finanziellen Probleme mehr haben. Das sind Kryptowährungen. Das sind Kryptowährungen. Und ganz klar sind allen voran Bitcoin und ETH, also Ethereum. Ganz klar meine zwei absoluten Langzeit-Favoriten. Genauso aber auch ist verdammt spannend ADA. Und wenn ich mich nur auf drei fixieren soll, dann bleibt es bei diesen dreien, die ich gerade eben genannt habe. Und dann sollte man natürlich die Scheuklappen ein bisschen weiter öffnen und sich Gedanken darüber machen, was gibt es sonst für Anlagen. Wie ich gerne immer wieder als Beispiel hier meinen Bekannten nenne, der in Alkohol investiert, in Whisky etc., wovon ich zum Beispiel gar keine Ahnung habe. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten, NFTs oder auch reale Kunst, dass man sich hier ein schönes Bild irgendwie aufhängt. Oder zahlreiche andere Sachen, Automobile, Oldtimer etc. Die Möglichkeiten sind wirklich ganz, ganz breit gefächert. Nur man muss einfach etwas tun. Weil wenn man dann in drei Jahren sagt, ja hätte ich damals mal, dann hast du bis heute oder bis dahin auch nichts Neues erreicht. Und das ist das Problem. Also schreibt auch Meinung gerne unten rein zu den Themen. Freut mich sehr. Daumen hoch fürs Video, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen und ciao.